Ich bin dran, oder? Ich glaube auch, jetzt kommt eine echte Abkühlung. Basti, du musst jetzt mal was sagen. Es ist zwar nicht deine Moderation, aber du erzählst jetzt mal was. Was soll ich denn erzählen? Und zwar, deine wievielte Toto ist. 2012, 2013, 2015, 2016, 2016. Sechste. Also an dieser Stelle müssen wir uns wirklich mal bei Super RTL bedanken. Danke, dass ihr uns unterstützt und supportet. Macht schon viel Spaß, oder? Unfassbar. Unsere erste Begegnung war doch, glaube ich, mehr oder weniger wegen Super RTL. Wir haben uns kennengelernt. Ich hab mit Doro telefoniert und sie... Ich kann grad nicht, warte, ich geb dir mal jemanden. Hallo, ich bin der Sebastian. Ich sag, wo bist du denn? Ja, was geht, Digger? Das stimmt, wir haben uns auch gar nicht. So haben wir uns kennengelernt, ohne Spaß. Und wir haben uns auch schon mal gesehen. Irgendwann mal, da warst du 16 und ich 17, ne? Da hab ich auch ein Bild hochgeladen. Du gibst ein schönes Foto vor, ne? Wie viele Jahre ist das jetzt? Du bist jetzt 24, 25, 20. Boah, acht Jahre her schon. Guck mal, eins in Mathematik in der Schule, oder? Ja, und pass mal. Wir reden ein bisschen zu viel, oder? Wir wollen uns singen hören. Was? Es ist heiß heute, heute ist heiß heute. Kommst du uns eigentlich ausziehen, aber das machen wir nicht. Das machen wir dann auf Tour. Wir gehen ja auf Tour dieses Jahr. Dann müsst ihr uns besuchen können. Jetzt viel Spaß mit das Nimmig Sommer! Anziehen! 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 Fastin! Fastin! Fastin!